Das Bundeskabinett hat heute den Entwurf eines neuen Bundesinfektionsschutzgesetzes beschlossen. Ich bin froh, dass Anregungen der Länder aufgenommen wurden, zum Beispiel, wenn es darum geht, wie das Thema frisch geimpft und genesen im Drei-Monats-Rhythmus zu sehen ist. Das wurde Gott sei Dank jetzt rausgenommen als Mussbestimmung, weil wir von vornherein gesagt haben, es wäre im Vollzug überhaupt nicht praktikabel gewesen. Das Thema Testen ist drin geblieben, auch da sehe ich im Vollzug noch die eine oder andere Schwierigkeit. Wir müssen die Regeln einfach so gestalten, dass sie einfach sind, klar und dass sie auf Akzeptanz der Bürgerinnen und Bürger stoßen. Deswegen ist da schon noch ein Thema drin, das wir uns nochmal genau im parlamentarischen Verfahren anschauen müssen. Was mir fehlt, ist tatsächlich, dass der Bund nochmal auf die Parameter eingeht, wann welche Maßnahme eigentlich kommen soll. Wir wollen uns als Länder da nicht aus der Verantwortung nehmen. Wir wissen selber auch, wie Situationen sich darstellen. Aber wenn wir einheitlich agieren wollen in der Bundesrepublik Deutschland, wäre es gut, wenn wir die verschiedenen Parameter zumindest in ihrer Gewichtung etwas darstellen. Und da ist schon der Bund gefordert. Nehmen Sie zum Beispiel das Thema Abwassermonitoring. Da gibt es inzwischen beim Bund bis heute keine klare Haltung, wie dieser Parameter wirklich aussieht. Nehmen Sie das Thema RKI Surveillance. Was heißt das genau? Wird die Meldung der Krankenhäuser über dem ist, was die Krankenhausbetten angeht, wirklich funktionieren? Gibt es im Moment hohe Zweifel auch aus den Krankenhäusern selber. Und da muss der Bund schon nochmal nachbessern und klar sagen, jetzt nicht genaue Schwellenwerte anzugeben, aber klar sagen, wie er das Verhältnis der Parameter untereinander sieht. Das würde wirklich helfen und ich hoffe, dass da die Einsicht, wie jetzt auch bei der anderen Regelung, durch den Bund nochmal kommt. Das Thema Maskenpflicht im Innenraum, ich will das nochmal klipp und klar sagen, wird nur dann notwendig sein, wenn die Lage es erfordert. Es gibt keinen Automatismus. Ich glaube schon, dass im ÖPNV die Maske eine Rolle spielen wird, auch die FFP2-Maske, weil wir sie ja weiter auch im Fernverkehr haben. Das hat der Bund ja heute nochmal bestätigt und ist sicher jetzt auch bei denen angekommen, die nach Kanada unterwegs waren. Aber wir werden die Maske vielleicht auch in anderen Bereichen einsetzen müssen, dort, wo Menschen einfach hingehen müssen, weil sie nicht entscheiden können, dass sie es sein lassen, wie zum Beispiel Veranstaltungen, sondern Behördengänge oder auch im Einzelhandel. Dort könnte die Maske vielleicht eine Rolle spielen. Das muss man entscheiden, wenn es soweit ist, wenn wir die Infektionslage wirklich genau beurteilen und das wollen wir auch tun. So viel wie nötig, so wenig wie möglich ist der Maßstab. Vielen Dank.